Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, heute geht es darum, was ihr machen könnt, wenn ihr keine SSH-Verbindung mehr hinbekommt, weil sich irgendwas an den Verzeichnis unter Teilrechten von diesem Punkt SSH-Verzeichnis geändert hat. Entweder ihr habt da irgendwas kaputt gemacht oder vielleicht ist ein Backup irgendwie daneben gegangen, wer weiß, was auch immer. Aber was ihr denn machen könnt, darum geht es dieses Mal. So, erstmal quasi so ein bisschen der Hintergrund dabei. Wir können uns mit SSH, mit einem Zugangspasswort eben bei unserem Zielsystem authentifizieren, wenn das zugelassen ist. Wir können aber auch die sichere Variante verwenden, indem wir einen öffentlichen SSH-Schlüssel dort hinterlegen. Von diesem System, auf dem ich jetzt quasi arbeite, also meinen Desktop-Rechner, dort habe ich in meinem Benutzerkonto einen öffentlichen SSH-Schlüssel und den bringe ich auf das Zielsystem. Und wenn der auf dem Zielsystem liegt, dann kann ich mich mit SSH eben ohne ein Passwort dagegen authentifizieren und dann kann ich mich einloggen. Dabei muss man aber darauf achten, dass diese ganzen Verzeichnis- und Dateirechte auf dem Zielsystem richtig sind, sonst klappt das nicht. Wir haben zum Beispiel diese Datei Authorized Keys. Dort trage ich meinen eigenen Schlüssel ein, damit ich darauf zugreifen kann. Wenn da irgendwas falsch ist, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann habe ich hier einfach mal so eine Kette gemacht für die einzelnen Verzeichnisse und eben auch für die Unterverzeichnisse und die Dateien, die sich da drin befinden und nochmal für die Datei extra. So, dass man das damit wiederherstellen kann, wenn euer Benutzer zufälligerweise Test heißt. Ansonsten, wenn er nicht Test heißt, müsst ihr natürlich Test gegen was anderes austauschen. Als erstes lege ich erstmal fest, dass das Heimatverzeichnis des Benutzers eben 755 hat. Das ist eben dafür da, dass der Benutzer selbst eben alles damit machen kann. Lesen, Schreiben, Reinwechseln. Und das ist diese 7 hier. Dann habe ich die 5 hier, die erste 5, die ist eben dafür da, für die Benutzer, die in einer Gruppe sind, die zu diesem Verzeichnis gehören. Das ist normalerweise der Benutzer Test. Der hat eine eigene Benutzergruppe, die auch Test heißt. Und das letzte hier, das ist für alle anderen. Also alle anderen dürfen zwar reingucken in dieses Heimatverzeichnis, dürfen aber keine Änderung machen. Dann habe ich darin dieses Punkt-SSH-Verzeichnis. Mit Punkt heißt, das ist so ein bisschen versteckt. Kann man natürlich ganz einfach finden, aber auf den ersten Blick sieht man es erstmal nicht. Und dort drin befinden sich private SSH-Einstellungen. Es gibt zwar auch ein globales Verzeichnis für alle SSH-Clients, die auf dem System drauf sind. Aber das hier ist eben bloß für meinen Benutzer. Und das muss ich halt so setzen, dass nur ich selbst, also der Benutzer Test in diesem Fall, Lesen, Schreiben, Ausführen, Reinwechseln darf. Unter allen anderen kriegen die 0 hier als Rechte. Also die dürfen da nicht mal reingucken. Dann für alle Dateien, die sich in dem Verzeichnis befinden, also das Sternchen hier wirklich vor allem, setze ich auf 6, 0, 0. Ich darf als Besitzer, als Testbenutzer, darf ich dort Schreiben und Lesen diese Dateien. Alle anderen gehen wiederum leer aus. Dann muss ich auch nochmal hier die Datei Authorized Keys anfassen. Die hat wiederum andere Rechte. Also als Besitzer darf ich wiederum Lesen und Schreiben und die 4 bedeutet eben nur Lesen. Und das gilt eben für, ja, die Gruppe, der diese Datei gehört. Also Test normalerweise oder vielmehr es muss Test sein. Und eben auch alle anderen, die dürfen die Datei eben loslesen. Das ist wichtig. Und wenn da irgendwas falsch ist an dieser ganzen Einstellungssache hier, dann funktioniert das nicht. So, jetzt gucken wir uns das Ganze auch nochmal ein bisschen an. So, jetzt befinde ich mich in meiner virtuellen Maschine, wo ich die ganzen Tests drin mache. Ich habe immer noch dieses wunderbare Hintergrundbild mit der Winterlandschaft dabei. Ist zwar eher warm draußen, macht aber auch nichts. Es soll nämlich um was ganz anderes gehen. Nicht um Desktop-Verschönerung, sondern um Dinge mit SSH auf der Kommandozeile. Also von daher hole ich mir erstmal so ein Terminal, macht das ein bisschen größer. Und ich bin schon der Benutzer Test. Dann habe ich natürlich auch mein Punkt SSH Verzeichnis bei. Da habe ich schon was eingetragen, sodass ich mich mit anderen Systemen hier drin verbinden kann. Also mein Authorized Keys, da stehen schon Schlüssel drin. Und in der Known Hosts, da stehen eben Systeme drin, mit denen ich mich von diesem Rechner aus, mit dem Benutzer-Account verbunden habe, auf Zielsysteme. Und da wird so eine Liste geführt mit, naja, du hast dich schon mit dem System mal verbunden. Und das hatte eben folgenden Hash-Wert, sodass die Systeme wiedererkannt werden. Und wenn sich jetzt bei dem Zielsystem irgendwas geändert haben sollte, dann kann es eben sein, dass jemand diesen Server ausgewechselt hat durch irgendwas anderes oder dass jemand halt dazwischen sitzt und die Verbindung belauscht. Also Stichwort Man-in-the-Mittel-Attack. Aber um Angriffe soll es heute nicht gehen. Da haben wir schon mal eine gemeinsame Videoserie gemacht zum Thema Sicherheit von Jean, Micha und mir. Guckt da einfach mal vorbei. So viel zum Werbeblog. Werbeblog. So, jetzt brauche ich erstmal ein Schlüsselpaar, ein SSH-Schlüsselpaar. Paar deswegen, weil es immer aus einem öffentlichen und einem privaten Teil besteht. Der private Teil, der soll meinen Rechner niemals verlassen. Und der öffentliche Teil, der kommt eben auf das Zielsystem, wo ich mich verbinden möchte. Muss ich mir erstmal generieren, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine, ja, über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für, ja, eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe. Und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also, ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt. Und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend Folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist, und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit Weget könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet. Also, der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger Tools Repository gibt, auch heruntergeladen werden können. Und das Hauptpaket Dodger Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger Tools drin. Die nenne ich hier Module. Und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audiokompressionen geht, dann wird vielleicht der OGG-Encoder für das OGG-Audioformat benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser OGG-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get install-y dodger-tools-install-suggests. Ja, genau. Damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet. Aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. Ich mache das über ein Dodger-Tools-Modul. DT-SYS und dann mit Tabulator kann ich das Ganze vervollständigen. Und das ist hier Create-Passwordless-SSH-Key. So, das rufe ich jetzt einfach mal auf. Und jetzt wird mir eben dieses Key-Paar, dieses Schlüssel-Paar generiert. Und diese öffentliche und private Schlüssel, das sind quasi so diese Gegenstücke. Also die passen so zusammen, also so. Und ja, also das eine schließt quasi auf und das andere schließt ab. So ungefähr kann man sich das vorstellen. So, jetzt habe ich eben mein Schlüssel-Paar. Gehe ich da wieder rein und gucke da mal. Und da habe ich jetzt eben dieses ID RSA und Punkt Pub. Also Pub ist eben mein öffentlicher Schlüssel. Da steht dann sowas halt drin. Das ist so ein RSA-Schlüssel für SSH. Wer den ausgestellt hat, auf welchem System steht am Ende. Und dazwischen ist, ja, der Schlüssel in Base64 ist das, glaube ich. Und ja, das ist quasi unsere, ja, unser Schlüssel, um woran zu kommen im Zielsystem. So, haben wir den einen hier. Und dann können wir auch mal gucken, was da in so einem privaten Teil drin steht. Das ist dann schon ein bisschen länger. Und da steht dann auch noch, oh, hier, das ist ein privater OpenSSH-Key. Also den sollte man niemals irgendwo anders hin kopieren. Sollte man eben privat halten. Wenn ich jetzt mir einen neuen Benutzer anlege. Ich simuliere das jetzt auf demselben System. Das kann man eben auch machen. Ich hole mir jetzt einmal Root-Rechte. Jetzt bin ich eben der Benutzer Root. Und dann darf ich eben auch zum Beispiel mit Ad-User einen Benutzer anlegen, der jetzt entfernt heißt. Den nenne ich einfach mal so, als ob ein entfernter Benutzer wäre. Dann vergebe ich ein Passwort. Und diese ganzen verschiedenen Informationen da, die Zimmernummer und sowas, das ist total egal dafür. Ich möchte halt bloß diesen Benutzer anlegen. So, dann mit strg und d kann ich das auch wiederum verlassen. Dann bin ich wieder ein normaler Benutzer. Und wenn ich jetzt sage, SSH entfernt at localhost dann sehe ich, dass hier drauf noch kein SSH-Server läuft. Dann muss ich auch noch mal einen SSH-Server installieren. Den installiere ich einfach hier mit apt-install-ssh unter so einem Linux Mint, unter einem Debian, Ubuntu und alles, was irgendwie so Debian-artig ist. Darüber kann man das installieren. Dann lege ich das einmal ab. Und dann wird mir dieser Server eben auch installiert. So, jetzt müsste es auch funktionieren. strg und d beendeten wieder diese Sitzung mit Root. Jetzt mit dem Pfeil nach oben kann ich durch die vorherigen Befehle, die ich schon mal eingegeben habe, auch durchblättern. Und jetzt möchte ich das hier auch nochmal ausprobieren. Und ja, jetzt kriege ich halt diese Information. Du hast dich mit diesem Benutzer auf dem System halt noch nie verbunden. Stimmt dieser Fingerabdruck? Ja, das stimmt. Weil es mein eigenes System ist, akzeptiere ich den einfach so, ohne den wirklich zu überprüfen. Gebe mein Passwort ein. Und jetzt bin ich eben der Benutzer entfernt. Und wenn ich mich jetzt wiederum abmelde und wieder anmelde, muss ich jedes Mal mein Passwort angeben. Ich kann das jetzt allerdings auch automatisieren, dass ich kein Passwort mehr brauche, indem ich jetzt den öffentlichen SSH-Schlüssel, also das hier, in dem entfernt Benutzer hinterlege. Das Übermitteln von meinem öffentlichen Schlüssel, von meinem Benutzer Test, an meinen Benutzer entfernt, kann ich zum Beispiel machen mit SSH-Copy-ID. Und dann gebe ich an, wohin ich das Ganze haben möchte. Das ist entfernt für den entfernten Benutzer, der gar nicht so entfernt ist. Und localhost. Da muss ich nochmal hier mein Passwort eingeben. Und dann wurde eben ein Schlüssel übermittelt von meinem Benutzer Test. Der öffentliche Schlüssel wurde an die richtige Stelle bei entfernt eingetragen. Und wenn ich jetzt hier gucke, dann habe ich jetzt hier diese Authorized Keys Datei drin. Und wenn ich da jetzt einmal reingucke, dann steht da eben drin, ja, das ist dieser Schlüssel, der dem Benutzer Test und Home auf dem System Home gehört. So, wenn ich mich jetzt einmal auslocke und wieder einlocke, dann, ja, werde ich nicht mehr nach dem Passwort gefragt, weil dieser Schlüssel eben schon da ist. Normalerweise, oder normalerweise ist zu viel gesagt, aber häufig macht man es halt eben so, dass man diesen SSH-Schlüssel, den man hier so generiert hat, darüber zum Beispiel, dass der kein Passwort hat. Das macht es sehr einfach, um, ja, Dinge zu automatisieren oder so, dass man das Passwort nicht mehr eingeben muss. Ist halt sehr bequem für Skripte zum Beispiel. Die können ja nicht nach dem Passwort fragen, jedenfalls nicht so mit so einer Eingabeaufforderung wie so ein Mensch. Von daher ist das dafür extrem praktisch. Man kann aber auch so einen SSH-Schlüssel nochmal durch ein zusätzliches Passwort schützen. Das ist natürlich besonders sinnvoll, wenn man es mit, ja, sensiblen Systemen zu tun hat, mit, ja, wichtigen Daten, die es zu schützen gilt und so weiter. Aber für, ja, einfache Dinge, wo es nicht so drauf ankommt, ist das eine praktische Sache, so einen SSH-Schlüssel zu verwenden, der eben kein Passwort drin hat. Das ist Bequemlichkeit, das Gegenstück von Sicherheit. Wenn es um Sicherheit geht, dann generiert auf anderem Wege ein SSH-Schlüsselpaar, was eben durch ein Passwort geschützt ist. So, nach diesen Grundlagen zum Thema SSH und Schlüsselgenerierung machen wir jetzt mal was kaputt. Also, wenn ich jetzt hier mein Verzeichnis habe, entfernt und dann mal gucke, mit minus L und A kriege ich eben, L sagt eben, ausführliche Auflistung mit, ja, Urzeiten, wann es erstellt wurde und Benutzerrechte und so weiter. Und A sorgt dafür, dass ich eben auch die versteckten Verzeichnisse und Dateien sehe, die mit einem Punkt beginnen. Im Moment ist die Welt ja noch in Ordnung. Also, dieses Punkt SSH-Verzeichnis hat hier eben das richtige Verzeichnisrecht drauf. Alles ist gut. Aber wenn ich jetzt das Ganze mal kaputt mache, so ganz mutwillig, wenn ich das jetzt einmal ändere, zum Beispiel so, jetzt sieht das anders aus. Also, die 777 bedeutet, alle dürfen lesen, schreiben und dort reinwechseln in Verzeichnis bzw. Dinge ausführen. Das ist natürlich die unsicherste Variante, die es so gibt. Und wenn ich mich jetzt einmal auslocke und dann wieder versuche zu verbinden, dann werde ich jetzt nach einem Passwort gefragt. Das hat den Hintergrund, dass der SSH-Server gesehen hat, diese Konfiguration ist so unsicher, der vertraue ich jetzt nicht. Jetzt will ich wiederum das Passwort haben. So, und damit, wenn ich es richtig tippe, kann ich mich auch wieder anmelden. Und jetzt kann ich mich, nachdem ich mich dort eingeloggt habe, dieses Verzeichnis wiederum korrigieren mit den richtigen Rechten, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Und dann kann ich mich eben auch wiederum anmelden. Blöd ist die Sache natürlich, wenn ich meinen SSH-Server so konfiguriert habe, dass eine Authentifizierung mit einem Passwort überhaupt nicht mehr möglich ist. Dann kann ich bloß noch hoffen, dass ich mich mit einem, ja, anderen Benutzer anmelden kann, der Hutrechte erlangen kann, um das Ganze eben wiederum zu korrigieren. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir uns wirklich daraus geschossen. Blöde Sache. So, und wenn wir jetzt das Ganze so machen, wie ich das hier gemacht habe, der Benutzer heißt jetzt eben nicht Test, sondern in diesem Fall eben entfernt und dann mit chmod diese ganzen einzelnen Sachen wiederum setze, dann kann ich mich eben auch wiederum mit dem SSH-Schlüssel anmelden, den ich dort hinterlegt habe. Ja, das war es denn auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen, vielleicht in einer Notsituation, wo ihr euch drüber gewundert habt, dass irgendwas nicht mehr geht. Ja, ansonsten probiert es aus, lasst es bleiben. Ja, abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal.